Ja, ein irgendwelchen Schraubenzieher habe ich nicht gefunden, muss ich mich mit dem behelfen, was ich habe und deshalb geht es wie sonst weiter. Das Ding ist inzwischen so stumpf, dass da gar nichts mehr passiert. Das Ding ist inzwischen so gut. Nicht gut, aber an der Stelle auch nicht schädlich. Das Ding ist inzwischen so gut. Das Ding ist inzwischen so gut. Von den Endgleisen darf ich wieder nur das ingelegene Stück festschrauben, damit die schön flexibel bleiben für den Zusammenbau der Module. Das Ding ist inzwischen so gut. Das Ding ist inzwischen so gut. Wie war es noch? Da hat es wieder war. Das Ding ist inzwischen so gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, jetzt will ich noch die restlichen Löcher, die da offen geblieben sind, mit Schrauben zu machen. Vielen Dank. Und dann fehlt er nur noch eine. Vielen Dank. Jetzt fehlt mir noch der Abstand, den ich zwischen den Gleisen haben muss. Ich messe das mal aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und da wollen wir noch mal sehen. Das ist ja wirklich nicht gerade wenig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Feierabend für diesmal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.